Büro Gelb, Umzug, Auszug, Teil 1, unser Meetingraum. Folgen Sie uns unauffällig. Ah, hier sind wir, unser schöner Meetingraum. Hier haben wir sehr viel gedacht, aber leider nicht immer ganz so viel gemacht, weil unser WLAN nicht ging. Egal, dafür haben wir großartige Aussichten zu Fürst Horst. Sie sehen ihn da hinten, winken, winken. So, kommen wir zu etwas völlig anderem. Wenn Sie sich schon immer mal gefragt haben, was diese Plane hier sind, das sind Bootsplane. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Fortsetzung folgt.